Heute ist der Geburtstag meines Vaters und mein Mann und ich werden seinen Geburtstag gemeinsam feiern. Mein Vater war immer ein starker Mann und meine Mutter starb, als er noch sehr jung war. Er hat sich nicht entschieden, wieder zu heiraten, und er hat zu viel für die Familie gegeben. Als er älter wurde, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Ich war versucht, ihn in die Familie zu holen, damit er bei uns lebt, aber er zog es vor, in dem alten Haus zu wohnen, in dem er früher lebte. Wir bereiteten ein üppiges Abendessen zu. Nach dem Essen gingen mein Mann und ich wieder nach Hause. Als ich ins Bett gehen wollte, fiel mir das Atmen schwer. Ich hatte das Gefühl, dass ich sterben würde, und mein Mann rief den Notruf an. Ich befand mich in einem extremen Zustand der Panik. Ich musste so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen. Mein Bewusstsein begann zu verwirren. Ich fragte, Baby, wann kommen Sie denn? Er sagte, bald. Er hielt meine Hand und beruhigte mich immer wieder. Ich sah eine schwarze Gestalt in der Ecke des Zimmers. Sie blieb die ganze Zeit dort und bedeutete mir mit einer Geste, auf sie zuzugehen. Ich hatte schreckliche Angst. Ich wusste nicht, was es wollte, vielleicht wollte es meine Seele. Könnte es einer der Männer des Satans sein? Es sah aus wie ein böser Geist. Die Sanitäter kamen in unsere Wohnung und untersuchten meinen Zustand. Mein Blutdruck und meine Herzfrequenz waren niedrig, und die Sanitäter fragten, ob ich aufstehen könne. Ich stand auf und fiel dann wieder hin. Sie brachten eine Trage und trugen mich von meinem Wohnhaus zum Krankenwagen. Im Krankenwagen war ich sehr verängstigt. Ich sagte, nein. Ich sterbe, helft mir. Plötzlich wurden alle Lichter schwarz. Ich dachte, okay, ich bin tot. Dann verließ meine Seele meinen Körper und ich wurde von einem Dämon verfolgt. Ich glaube, es war die dunkle Gestalt in meinem Schlafzimmer. Der Dämon sagte mir, ich würde meinen Mann und meinen Vater nie wieder sehen. Ich konnte nichts anderes tun, als zu versuchen, von diesem Monster wegzukommen. Ich glaube, es hatte mich schon seit einiger Zeit beobachtet. Plötzlich hörte ich eine Stimme, eine Stimme, die mir sehr vertraut war. Diese Stimme rief meinen Namen. Es war mein Spitzname als Kind. Als ich da lag, hörte es sich an, als ob es mich rufen würde. Alles wurde wieder schwarz. Ich befand mich in einem dunklen Raum. Ich schwebte in der Luft und konnte nichts sehen. Ich konnte meinen Körper nicht spüren. Ich fing an, um Hilfe zu rufen, und zu meiner Überraschung war meine Stimme so leise, dass es so aussah, als wäre ich der Einzige, der mich hören konnte. Ich rief weiter. Ich dachte nur, dass ich zu meiner Familie zurück muss. Ich wollte nicht sterben. Ich rief immer wieder, bitte helft mir, bitte helft mir. Bitte. Ich spürte Erleichterung. Ich begann, nach unten zu fallen. Da geriet ich in Panik, und ich erinnere mich, dass mein Vater mir immer wieder sagte, dass man nicht in die Hölle kommt, wenn man Busse tut. In diesem Moment glaubte ich, dass ich in die Tiefen der Hölle stürzen würde. Ich konnte die Schreie um mich herum hören. Ich fiel und fiel. Ich erinnere mich auch, dass mein Vater mir sagte, dass du nicht in die Hölle kommst, wenn du Gott um Vergebung bittest. Ich begann zu beten. Ich betete zu Gott, bitte vergib mir meine Sünden, Ich betete zu dir, dass du mich nicht sterben lässt. Schließlich hörte ich auf zu fallen. Ich landete auf einem rollenden Felsbrocken. Es fühlte sich an, als stünden meine Füße in Flammen und ich konnte das brennende Fleisch um mich herum riechen. Ich konnte immer noch nichts sehen. Ich hörte eine Stimme sagen, Mein Kind, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du musst hochklettern und von hier verschwinden. Ich begann hochzuklettern. Hier sind die Wände nass und ich rutsche ständig ab. Einige der Felsen waren heiß. Ich höre Schreie und Menschen, die mich anschreien. Du kommst da nicht hoch, es nützt nichts, wenn du dich noch so sehr anstrengst. Du kannst dich nicht mehr retten. Ich klettere trotzdem weiter. Ich komme ganz oben an. Jemand hielt mir eine Hand hin. Ich sah eine Gestalt, konnte aber kein Gesicht erkennen. Um ihn herum strahlte ein gleißendes Licht aus. Ich weiß nur, dass mir geholfen wurde, als ich den Gipfel erreichte. Ich glaube, diese Hand war die von Jesus. Seine Hand war so stark und kraftvoll. Seine Berührung war so warm. Seine Gegenwart war so wundervoll. Früher habe ich nicht an Gott geglaubt. Denn ich hatte immer eine schwere Zeit im Leben gehabt. Jetzt spüre ich, dass Gott für mich da ist und dass alles gut werden wird. Ich höre eine Stimme, die sagt, Sohn, du musst zurückkehren, deine Familie wartet auf dich. Aber bevor ich dich zurückschicke, muss ich dir etwas zeigen. Ich habe gesehen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Ich sah die Szene, ich hatte meinem Vater Geld gestohlen, weil ich ein Spielzeug kaufen wollte, das ich haben wollte. Ich sah das Ganze so, als würde ich direkt daneben stehen und zusehen. Als ich ein Kind war, war unsere Familie nicht reich. Ich habe meinem Vater mehrmals Geld gestohlen. Ich weiß heute, dass mein Vater jedes Mal wusste, dass ich der Familie Geld gestohlen hatte. Aber er hat mir keine Vorwürfe gemacht. Das hat mich sehr beschämt. Er fragte mich, was habe ich dadurch gelernt? Wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, würde ich etwas ändern. Ich sagte, ich bedauere die Situation so sehr, und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wäre das nicht passiert. Ich dachte, wie dumm ich war. Als nächstes sah ich mein 19-jähriges Ich. Ich habe meinen Vater angelogen, weil ich zu spät von einer Schulveranstaltung nach Hause kam. In Wirklichkeit hatte ich ein Date mit meinem Freund. Ich sah noch viele weitere dieser Visionen, nicht alle waren schlecht, aber auch einige, die Menschen glücklich machten. Ich habe aus jedem Szenario etwas gelernt. Ich muss daran arbeiten, viele Dinge in meinem Leben zu korrigieren. Plötzlich hörte alles auf und ich befand mich in einem hellen weißen Raum. Vielleicht war es gar kein Raum. Sondern ich war nur von Licht umgeben. Ich sehe meine Großmutter, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Sie sah so wunderschön aus, und sie sagte zu mir, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir sind noch nicht bereit für dich, hierher zu kommen. Dein Mann und dein Vater warten noch auf dich und du musst zurückgehen. Ich sagte, ich weiß nicht, wie ich zurückgehen soll. Sie zeigte in die Richtung zu meiner Linken. Also ging ich in diese Richtung und kehrte in meinen Körper zurück. Ich wusste, dass ich zurück war und dass ich in Sicherheit war. Ich war zwei Wochen lang im Krankenhaus. Meine Nieren hatten sich vollständig selbst geheilt. Ich war jahrelang anämisch gewesen. Mein Hämoglobinwert ist jetzt ganz normal. Ich habe es geschafft, zurückzukommen. Jesus hat mich gerettet, weil ich mich bewährt habe. Ich war eine Wege, diese aus mir. Man hat mich pourrait, weil ich am Atkung des Vi dass wir jetzt auch noch nicht mehr verändern. Das war eigentlich. Ich bin ein Name. Ich kann mich auf어나gessen. Ich bin ein Ochiser. Ich bin ein Beispiel. Ich bin einUM-G acceptance. Ich bin ein Pro Academ. Oh, Warsch der�нит. Ich bin ein, der Pflege ISF zu optimism. Ich bin ein bisschen cott angeht.